Tesla soll nicht nur überhöhte Reichweiten vorgegaukelt haben, sondern auch Kundenbeschwerden abgewiesen haben. Reuters deckte den Skandal auf. Die Geschichte von Reuters über das geheime Diversion-Team ist schon einige Tage alt. Dennoch nimmt die Reichweitenlüge mit anschließendem Abblocken der Kundenbeschwerden nun an Fahrt auf. Der Grad zwischen Sensation-Story und fundierter Recherche ist dabei mehr als schmal. Seit vielen Jahren werfen diverse Kunden dem Elektro-Otto-Hersteller Tesla vor bei der Reichweite falsche Angaben zu machen. Die von den unabhängigen Prüforganisationen gemachten Angaben seien in der Praxis nie erreichbar. Doch mehr noch, es geht auch darum, dass im Ladestandsbereich von 100 bis 50 Prozent völlig unrealistische Restreichweiten angezeigt würden. Dass Laborverbräuche nichts mit der Realität zu tun haben, kennen Fahrer von Benzin und Dieselfahrzeugen seit vielen Jahren. Auch das Phänomen, dass die Tankanzeige in der ersten Hälfte der Skala deutlich langsamer nach unten wandert. Hat die Firma von Elon Musk also nur das Verhalten der klassischen Verbrenner imitiert? Es scheint so, doch die Vorwürfe gehen noch tiefer und betreffen vor allem das Beschwerdemanagement. Tesla könnte laut eines Reuters-Berichts ein verdecktes Team eingerichtet haben, um Kundenbeschwerden über die Reichweite ihrer Fahrzeuge zu minimieren. Der Bericht bezieht sich auf vertrauliche Quellen, die dieses heimliche Team bestätigen. Die Teammitglieder hätten den Auftrag gehabt, unzufriedene Kunden von Werkstattbesuchen abzuhalten. Der Bericht enthüllt auch, dass ein sogenanntes Diversion-Team heimlich in Las Vegas gegründet wurde. Das Ziel war die Vermeidung möglichst viele Termine aufgrund von Reichweitenbeschwerden. Tesla verfügt über eine der besten Software-Architekturen der Autobranche. Kein anderer Hersteller kann in gleicher tiefer Ferndiagnosen durchführen. Dies machte sich das Diversion-Team zu Nutze und vertröstete Kunden, dass man keine Probleme habe feststellen können. Der wahre Hintergrund der abgesagten Termine, Tesla kostet ein solcher Werkstatttermin intern knapp 1,000 Dollar. Zudem sind die Service Center auch ohne die Reichweitenbeschwerden bereits zu stark ausgelastet. Verspieltes Vertrauen Das Team in Las Vegas hatte mit ihrer Diagnose nicht einmal Unrecht, die Fahrzeuge der Kunden sind nicht defekt. Die Kunden sind nur den falschen Versprechungen aufgesessen. Und es galt unzählige unnötige Werkstattbesuche zu vermeiden. Ob der nun aufgedeckte Skandal das Vertrauen in die Marke allerdings stärkt?